Musik Liebe Kinder, heute sind wir auf der Baustelle. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Fahrzeugkran. Ein mobiler Kran. Er kann schwere Dinge ganz hoch hinaufheben. Musik Und das ist hier ein Radlader. Er kann Erde und Steine aufheben und sie transportieren und wieder ablehren. Ein Radlader. Musik Hier seht ihr einen Lastwagen. Einen Kippplaster. Er kann Steine und Bauschutt transportieren. Und sie dann einfach nach hinten ablehren. Musik Hier leert er die Steine ab. Musik Hier seht ihr einen großen Kran. Der Kran kann schweres Baumaterial hoch in die Lüfte heben und drehen kann er sich auch in alle Richtungen. Ein Baukran. Musik Eine Straßenwalze. Sie drückt den Asphalt fest, wenn eine neue Straße gebaut wird. Musik Hier sehen wir einen Gabelstapler. Ein Gabelstapler kann mit seiner Gabel verschiedenes hochheben und transportieren. Musik Der Kran belädt den Kran. Der Betonmischer bringt den frischen Beton. Seine Trommel dreht sich die ganze Zeit, damit der Beton nicht fest wird. Musik Hier legt der Betonmischer den Beton in das Haus. Musik Und am Schluss noch einmal der Radlader, der die Erde wegräumt und auch die Steine. Er hebt sie hoch und führt sie mit einer Schaufel weg. Musik 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 Musik